Ich bin heute mega, mega, mega hungrig. Ich bin so hungrig, ich könnte sogar nicht essen. Vielleicht mache ich das auch. Ich bereite schon mal meine Lippen drauf vor. Siehst köstlich aus. Also wenn du auch noch Annäher so gut schmeckst, wie du ausschaust, dann wird das hier sehr, sehr lecker. Oh mein Gott. Du schmeckst extrem geil. Boah, der Nachgeschmack. Wow. Deine Haut ist wirklich so richtig saftig. Einfach so. Chefkiss saftig. Wow, das hätte ich echt nicht gedacht, dass man so saftige Haut haben kann. Ich brauche noch mehr von dir. Chubbe-chubbe Chubbe-chubbe Chubbechubbe 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 Chubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechubbechub Frau, ich brauche noch ein bisschen was von dir, ein Löffel, ein Löffel, ein Löffel, ein Löffel, ein Löffel, ein Löffel, brauche ich noch definitiv, definitiv, aber einen großen Löffel, okay? Okay, wir müssen alle jetzt zusammen kratzen, 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 Frisch, frisch, pas frisch, extrem frisch. Wahnsinn. Das ist ein extra Gekinon, Löffel. Du schmeckst einfach bombe, 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 bombastisch gut. Tschupe, 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 tschupe. Also dieser Holzlöffel hier, der hat schon viele Gerichte gegessen, kann ich dir sagen. Aber du fährst bis jetzt wirklich das ab und zu und leckerste, 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 leckerste. Schmeckst einfach super. Wow. Schupe, tschupe, 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 tschupe Schmeckst du einfach so frisch, wirklich so frisch, 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 frisch gepflückt, frisch gepflückt, frisch gepflückt, frisch gepflückt, von der Wiese. Jetzt wirst du ein Apfel und hier dich gepflückt, 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 gepflückt. Dann einfach knackig, reingebissen, so ramm, ramm, ramm. Lecker, 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 lecker. Bist du übertrieben? Köstlich, 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 köstlich. Bitte lass dich niemals von irgendeinem Mouth essen. Es könnte dich nicht verkraften, ich brauch auch noch so einen kleinen Löffel. Zuhause Zuhause duhause Dzihause Zuhause Zuhause wir haben Sarah Weißt du, was mir am besten gefällt? Einfach diese Kombination, du schmeckst so leicht süßlich, aber auch salzig, so als wäre da so eine Prise, so als hätte da jemand so ein bisschen Salz auf dich verstreut. Und du schmeckst auch süß und lieblich, wie eine Blumen am Morgen. Von allen Menschen, die ich bis jetzt gegessen habe, sag ich dir ganz, ganz ehrlich, du warst der Beste. Darauf kannst du auch wirklich stolz sein. Du kannst mich, also rein theoretisch kannst du mich auch als Referenz im Lebenslaufwand geben, so warum nicht? Und da die Sektion Talente kannst du auch reinschreiben, wie schmeckt mich besonders lecker. Da kannst du halt mich als Referenz reinschreiben und dann können die mich anrufen und dann talken wir ein bisschen und dann erzähle ich denen, wie lecker du bist. Da, ich kläre dir ihren Job, ne? Du kannst mich nicht so sehr Du kannst mich davon Du kannst mich einfach Du kannst dich Du kannst alles Du kannst dir Du kannst Ich möchte gar nicht aufhören, dich zu lecken. Es ist so lecker, 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 lecker. Es ist einfach so süß und salzig und so herzhaft und auch so gleich. Es ist, als würde man in eine Lasagne beißen. Die mit Salz garniert wurde und dann isst man aber auch gleichzeitig so ein richtig leckeres Tiramisu, so richtig schön und süß. So schmeckst du einfach. Das ist so eine Geschmacksexplosion. Puh, 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 puh im Mund. Das ist einfach wirklich John Ramsey Snidish, wie gut du schmeckst. John Ramsey versucht jetzt nachzukreieren, wie du schmeckst, weil es so nice ist. Aber weißt du was? Wir beide verraten ihm nicht dein Geheimnis. Er hat kein Geld mehr, der verdienen kann. will ich? Er hat das sparkling geheimnis. Wenn es dann kez Adventure ist! Das ist nicht total occurred, wenn es soідalt war. Schnellen wir haben ein Zeug. Schnellen wir wissen, was ich eingeregte aus? Schnellen wir garçons mir kaum dasię. Schnellen wir dich aus. Oh, es wäre informant Purkarte, oder way ist mir nichts an unserem Lachstum. Schnellen wir das width aber nicht an zu sein. So, ein paar Bespreis auf jeden Fall noch von dir. So, ein paar Bespreis auf jeden Fall. So, ein paar Bespreis auf jeden Fall. So, ein paar Bespreis auf jeden Fall. Der letzte Rest. Mega, mega gottlich. Falls ich jetzt nicht dein Gehirn aufgegessen habe, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Falls du Lust hast, auf mehr hast du mehr von mir, dann schau doch gerne hier oder hier vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.